Hallihallo, hier ist der Guzua und ich mache zusammen mit dem Diziax jetzt eine Challenge. Wir legen gleich los und zwar geht es darum. Wir haben 5 Minuten, ihr wisst natürlich nichts, es kam vorher kein Ankündigungsvideo wie auch immer. Wir haben 5 Minuten und müssen einen Clan möglichst voll bekommen. Klar, selbst wenn wir 5 Leute drin haben, ist das denke ich mal eine relativ große Sache. Gucken wir, wer am meisten drinne hat. Moment, ich mache mal meinen Timer hier an. Ja genau, wir müssen jetzt ja erstmal unseren alten Clan verlassen. Ich werde natürlich wieder in Westprite reingehen, Leute. Für alle, die sich jetzt in den Kommentaren wundern, wird dieser Clan bestehen. Wie ist das? Und werde jetzt einen neuen machen und wie nennen wir den denn? Wie nennen wir den Clan? Ich würde sagen, wir nennen den nicht gleich, oder? Ne, 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 das darfst du dir überlegen, wie du möchtest. Okay. Und ich schreibe ihn schon mal zumindest. So, also ich hätte jetzt meinen Clan eigentlich fertig. Gleich, warte mal. Ich noch nicht, ich noch nicht, ich noch nicht. So. Genau. So, also mein Clan wäre jetzt da. So, okay, auf die Plätze. Okay. Fertig. Fertig. Los. Okay, der Clan ist gestartet und jetzt geht es darum, rein, 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 rein. So, jetzt geht es wirklich darum. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob das Ganze jetzt hier klappt, was ich vorhatte. Ne, gerade noch nicht. So, also wir sind jetzt beide ein bisschen konzentriert. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn wir ein bisschen leise sind, dann auf keinen Fall wundern. Nein, ich denke, das ist selbst erklärend, ganz genau. Also wir müssen jetzt hier echt ein bisschen gucken, dass wir ein paar User reinbekommen. Ich bin halt echt gespannt, ob da überhaupt viele User kommen werden oder ob sich da wirklich jeder denkt, hey, nö, verpiss dich mal. Interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, 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 gut. Also ich, oh Gott. Wenn da jetzt, bei mir, ist bei dir bis jetzt einer gekommen. Nein, 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 nee, wäre auch komisch. Bei mir auch nicht, also lol. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass da vielleicht. Ja, ich habe den ersten. Okay. Nö, bei mir noch nicht. Vielleicht gehe ich auch gerade mit der falschen Rangehensweise an. Naja, viel, viel mit rangehen ist da gar nicht. Oh, ich muss jetzt mal, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber das ist kein Thema. Können wir ja, solange es, ne, solange es safe bleibt. Wir haben ja dieselbe Zeit, sage ich mal. Ich mache mal Timer hier. Ich habe halt auch wirklich gar keine Noobs gerade in meinem Global. Also null. Ach so, okay, dass du Noobs schubsen könntest. Ja, klar. Ich habe null. Ich habe null. Das ist nur so Leute mit Clan oder Leute mit höherem Level. Okay, aha, Mist. Okay. Oh, schnell. Ich wechsle jetzt einfach mal schnell Global. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Aber ich habe gerade echt Pech. Mein Clash of Clans lädt nicht. Scheiße. Komm schon. Oh Gott. So. Du hast erst ein, oder? Ist eine YouTube Challenge. Ach ja, der wirbt hier mit YouTube Challenge. Ja klar, logisch. Alles klar. Ja, mache ich das jetzt einfach auch. So, jetzt gucken wir mal. Okay, kein Thema. Ja, logisch. Ich meine, du musst ja gucken, musst ja sagen, wo der Froschi Locken hat, ganz klar. Bitte, 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 bitte. Ich halte jetzt auf. Loll. Ja, aber du hast schon recht. Ich meine, wenn der global leer ist, dann, hm. Ja, ja, stimmt schon. Gucken wir mal. Also, einer schreibt noch, läuft bei mir. Ja. Kuzua. Ich gucke mal. Also, einer schreibt schon mal, wie mein Channel heißt. Äh, ich hoffe ja mal. Also, ich meine, der eine, der bei mir drin ist, ist auch, äh, ist, ja, inaktiv. Aber ich meine, was will man noch sagen? Also, bei mir ist bis jetzt noch keiner drin, Alter. Was ist das? Komm schon. Einer muss noch. Komm. Komm. Hier. Komm, hier. Ich gebe mir dir 5 Euro iTunes-Karten. Die es gar nicht gibt. Ja, aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich, äh, wenn ich, ich, ich lade dich einfach ein. Lichtle ist bei mir drin. Okay. Wie? Lichtle ist einfach bei mir drin. Sorry. Okay, sehr geil. Brauchst du Truppen? Ich, ich hau jetzt schön raus. Der, der richtige Lichtle, oder was? Ja. Ach, erzähl, da hast du doch garantiert wieder mit ihm eine Schmuh gemacht. Nein, nein. Er ist einfach mir wahrscheinlich nachgekommen. Ja, genau. Einfach so. Du bist so ein, oah. Ich, ich schwöre sogar. Ich schwöre. Ich frage mir jetzt doch gerade im Urlaub, Digga. Der hat Internet von der Bambusleitung. WTF? Bei mir haben alle einen Clan im Global. Aber du hast Lichtle drin. Ja. Hauptsache, ich hab Lichtle drin. Oh, hier passiert aber echt nichts. Ey, schlecht. Also, das ist echt. Also, ich hätte vielleicht mehr. Aber, ne, doch. Ich, ich hab schon, ne, ne. Ich hab schon damit gerechnet. Weil, das weiß ja wirklich keiner. Aber, wie sie übelst, äh, gar nicht den Chat beachten. Hast du das auch? Also, total, total uninteressant hier. Ja, sein Posteingang ist voll schade. Oh, guck mal. Zumal, äh, ich hab einen dritten. Der ist reingekommen und schreibt gar nichts. Naja, ich meine, wozu geh ich denn in einen Clan rein? Ja, keine Ahnung. Ach, come on, Mann. Ja, auf jeden Fall. Welche Zeit haben wir noch? Äh, eine Minute noch was. Digga, hier sind übel die Noobs, aber die joinen halt einfach nicht. Was? Ja, okay. Ja, auch Is ist drin. Yes, danke dir. Das Geld gibt's später. Zombie, Zombie. Spieler ist bereits einem Clan beigetreten. Ja, meinem Clan. Ja, ja, komm. Oh, übel, wie viel hast du? Meister. Drei gerade. Ja, okay, okay, ja, okay. Oh, shot. Oh, krass, ey. Also, ich hätte jetzt... Nee. Ah, okay. Dann halt nicht. Leg, neip. Komm. Ey, das ist echt schlimm. Wie viel Zeit haben wir noch? Warte, ich gucke. 36 Sekunden. Lol, ich 19. Ja, ist doch egal, wie alt du bist. Ja, ja, noch einer ist gekommen. Oh, was? Ja, wir sind schon gekommen. Nicht, das schließen wir jetzt einfach mal aus, weil der ist mir ja nachgedroint. Ähm. Ey, die antworten gar nicht auf mich, Alter. Truppen. Getten. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ist vorbei. Ja, neun Sekunden. Oh, komm, schon noch einer, damit ich safe bin. Nee. Aha, ärgerlich. Schade. Wie, zu Ende? Ja, es ist vorbei. Oh. Ja. Timer. Ja, Timer. Wie viel hast du jetzt? Drei. Na, drei hab ich auch. Ohne Lichtle. Also mit mir. Noch einer ist jetzt gerade gekommen. Okay. Wie, du hast drei? Mit dir? Mit mir. Ja, ich hab drei einfach so ohne Lichtle. Okay, dann hast du leider wohl die Challenge gewonnen. Ja, darf ich mir jetzt eine Bestrafung aussuchen? Nee. Doch, Guzo wird jetzt weggebankt und zwar im Real Life. Ähm. Ah, schade. Willst du was? Lol. Einfach, hier kommt einer rein. Lichtle, bist du der YouTuber? Ja, sehr cool, weißt du? Ah, ja. Du hast garantiert, du hast garantiert wieder irgendwas gerotzt. Natürlich, Alter. Ich kenn mich. Nein, ich schwöre auf mein Leben. Ja, das hast du beim Golem auch gemacht. Ja, ja. Hero Girl ist gejoined. Go, go, go. Ich hab meinen Clan schon wieder gelöst, Alter. Ja, ich noch nicht. Nee, auf jeden Fall würde ich sagen, ich suche mir jetzt eine Bestrafung für dich im Real Life aus. Okay. Ähm. Ähm. Wie wär's mit, äh. Willst du irgendwas Ekelhaftes machen? Nee. Okay, dann machst du was Ekelhaftes. Ähm. Oh Gott, mir fällt gerade echt nichts ein. Ich würde einfach sagen, ich setze hier mal ganz kurz kurz kurz, solange ich mir das Ganze überlege. Genau, und ihr hört die Bestrafung im nächsten Video. Ihr haut mal bitte rein und ich hab verloren. Ah, du Loob. Bis dann, ciao, ciao.